Der Held des Anime Goblin Slayer, einfach nur als Goblin Slayer bekannt, tötet Goblins. Aber warum macht er das und was hat er davon? Nun, wie die meisten Anime Charaktere, die dem tragischen Heldenarchetyp entsprechen, hat Goblin Slayer ein tief verwurzeltes Kindheitstrauma. Einfach gesagt, Goblins werden in seiner Welt bestenfalls als lästig angesehen. Es sind, wie in so ziemlich jedem anderen Fantasy-Universum, in jeder anderen Fantasy-Welt auch, die schwächsten und mitunter nervigsten Gegner. Sie sind eher vergleichbar mit einer Rattenplage als mit einem Wolfsrudel. Eklig und mitunter bissig und sehr unhygienisch, aber halt nicht wirklich stark. Sie sind kein großer Wolf, der er mit seiner Kraft überwältigen kann. Doch die Bewohner der Welt übersehen dabei leider sehr, sehr oft, wie gefährlich, schlau und brutal Goblins sein können und wie viele Goblins so ein Goblin-Nest beherbergen kann und wie genau sie in einer Welt überleben können, in der selbst Menschen körperlich und geistig normalen Goblins weit überlegen sind. Aber einige, bis dann friedliche Dörfer, verstehen mitunter sehr schnell, dass Goblins tatsächlich gefährlich sind. Sie töten oder stehlen Vieh, plündern Getreidevorräte und radieren ganze Siedlungen aus. Und genau das ist in Goblinslayers Dorf passiert, als er noch ein ganz normaler kleiner Junge war. Aber natürlich haben die Goblins nicht nur Vieh gestohlen oder in Anführungsstrichen nur seine Familie und die meisten seiner Freunde und Verwandten getötet. Sie haben auch seine Schwester. Während er das gesamte Geschehen aus seinem Versteck mit Ansehen und beobachten musste, ständig in Angst entdeckt und ebenfalls getötet zu werden. Und genau deshalb ist Goblin Slayer so unermüdlich dabei, alle Goblins zu töten, die er finden kann. Nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder. Seine traumatische Erinnerung verfolgt ihn bis heute. Und es ist reine Entschlossenheit, seine Familie, insbesondere seine Schwester zu rächen, die den Slayer vorantreibt. Egal wie schwer es ist, was es ihn persönlich kostet oder was er im Leben verpasst, er wird so viele Goblins wie möglich wegmachen. Und hat durch seine Tätigkeit des Goblin-Jagens quasi einen Teil seiner Menschlichkeit verloren. Oder vielmehr, sie starb an dem Tag, an dem die Goblins seine Schwester nahmen. Und ich denke, ich werde das Video hier mit einem Zitat von Friedrich Nietzsche beenden. Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lang in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.